machen wir doch da daumen so alles klar Gut, das haben wir auch. So. Wow! Was machen wir jetzt hier? Ah! Wo soll ich denn hin? Ah! Danke, Mann! Ich bin ja richtig genug. Ich bin ja richtig genug, ey! Das gefällt mir nicht hier unten. Das gefällt mir nicht hier unten. Was ist das? Ich weiß nicht, wie lange wir die Truppen noch von unserem Schiff fernhalten können. Wenn es hier für uns zu empfehlen wird, lassen wir sie zurück. Oh! Wir machen so schnell wir können, Sir. Das ganze Schiff ist voller unbeziehbar. Wow! Ah, scheiße! Komm ich natürlich nicht mehr hoch, ne? Mist! Okay, dann nehm ich das da. Oh, hab ich aber Glück. Wollt ich das? Ja, ha, ha, ha. Dreck! Ja. Jetzt, komme oha! Jetzt muss ich das schon wieder machen! Oder was! das guck an das geile Gaming das hat die das aufgemacht der war schon zu keine ahnung ich muss nachladen kann ich wie wir kann da schweiß ich einstecken ist ja nicht mehr normal okay das waren zwei ich schieße auch noch im kopf alter zu machen geht nicht man nimmt die andere und da darum können wir uns jetzt nicht kümmern wir müssen zum frachtraum oder wir sitzen hier fest ich glaub's ja nicht seht doch das schiff nein ach so das große was mit dir ich sag kaputt dann kaputt komm rein hier da seid ihr endlich interessant wie viel die weg stecken ok die tür kann ich nicht zu machen oha rennen wir hinterher aber jetzt die euch mitnehmen soll wir haben es echt eilig aber hat Maschinenpistole erhalten ja wieso bin ich denn tot okay Negativ Action! Die Türen zum Frachtraum lassen sich nicht öffnen! Ich glaube das Schiff bricht zusammen! Die Türen lassen sich überbrücken. Winter, aktivieren Sie alle Notauslöse an der Frachttür! Ah! 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 Ich hab schon einen abgekriegt hier! Ah! Hier geht aber auch die Luzi ab! Okay, immer wieder hoch! Hier geht aber weg da! Ah! 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 Oh! 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 aber mit dann ist soweit nichts mehr ja da kann man nicht weiter aber hier wollen wir doch nicht da Notauslöser ich will mal sagen wo ich den finde die rennsteuerung manchmal funktioniert und funktioniert manchmal nicht ich habe alle auslöser aktiviert okay die triebwerke überhebten wir sind gleich bei heilige scheiße bringen wir uns hier raus die 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 Hier ist Raider 6-5. Triebwerk 2 ist ausgefallen. Ich sende Mayday. Raider 6-5 stürzt ab. Wiederhole, Raider 6-5 stürzt ab. Boah, heftig, ey. Krass. Geil. Alter, ich will dir echt was geboten. Geil, ey. Danke mal an den Schnitter, den lieben Schnitter. Der hat dann auch nämlich schon gespielt und, ähm, ja. Echt geil. Hat mir mega, äh, die Unterhaltung hat mir bei ihm ja gefallen. Oh, wir sind jetzt auch irgendwo auf den Mond gelandet oder oben sowas. Ach, guck mal, da war Bischof. Hey, warum sehen Sie mich so an? Boah. Der war geile Sneakers an. Was ist denn das hier los? Als sie den Xenomorph im Gesicht haben. Ich hab doch gesagt, der war tot. Mit mir ist alles gehalten. Sah er knochig aus und weiß, fast wie eine Spinne mit Schwanz. Ja, mein Hals hat etwas weh, aber ich bin okay. Bella, Sie werden sterben. Ja. Das ist mit Kies passiert. Das Ding ist in dir drin, ne? Wie lange? Stunden, vielleicht einen Tag. Der Bischof hört sich ein bisschen komisch an, im Gegensatz zu der Serie. Wir müssen die übergeben. Ne, das, das ist die, das ist der erste Anzeichen dafür. So, wie haben wir das? Hier gibt es eine Kolonie, Headley Soap. Was davon übrig ist? Unsere Funkverbindung nach da unten funktioniert nicht. Wir müssen alle, die von Yasulaku übrig sind, dorthin bringen. Was ist da geschehen, Sir? Der atmosphärische Prozessor ist anscheinend mit der Wucht einer 40 Megatonnenbombe in die Luft geflogen. Das klingt nicht gerade erfreulich. Das ist alles, was wir haben. Also weiter. Sir, wollen Sie uns verraten, was da mit Waydu passiert ist? Ich denke, es ist klar, dass Future of the States Colonial Maroons mit Wayland-Titanium-Kritten befindet. Ja, Freunde, in diesem Sinne, bevor ich jetzt weitermache, machen wir erstmal ihr, äh, ich, also ich mach jetzt erstmal stoppen und schluss und aus und so, ne, fürs Aufnehmen erstmal. Mal, ähm, ich werde auf jeden Fall, äh, da nochmal mich weiter drüber geben, ja, Bischhop, ähm, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und, äh, ja, ich hab wieder in einem Stück aufgenommen, wenn ich hier jetzt hier wieder dran hingesetzt haben sollte, gecuttet, da muss ich jetzt mal einer Gruppe da vorne hinterher laufen oder wie auch immer, äh, also, ne, ich danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, euer Virus, äh, ciao mit Vau. Outro 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 Bis zum nächsten Mal.